okay komm Moria von Lord of the Rings du hängst schon wieder im Nichts, oder? ja, nicht mehr der kaputtiert sich mehr, okay ich hab keine Night Vision ich glaub, du kennst dich besser mit Herr der Ringe aus ich? da unten sind Spinnweben ja aber das heißt halt, ich kenn mich besser aus ich hab das vielleicht, keine Ahnung ein oder zweimal geguckt mehr als ich also ich hab einen einmal geguckt oder so oh geil das ist ein fetter Drache man schnarrtet im Maul von einem fetten Drachen wo bist du denn? ich bin durch die Tür gegangen gerade oh, was sagt das da? bei mir ist eine Hand oder so ah, ist jetzt Spinn ja, das ist gut hast du ne Ahnung was das für ein Drache war? ich hab keinen Drachen gesehen in der nächsten wir sind im Maul von einem Drachen gestartet da ist, ah, das ist die Hand vom Drachen schätze ich hey, wo ist der Spawn? lol 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 das muss ich nochmal aus dem Drachenmund scheißen ja super, ich bin jetzt am Ende und hier ist nichts warte doch einfach mal auf mich wo bleibst du denn? da gibt's doch gar nichts zum runterfallen hier doch wo ist der Spawn? hier komm hier vor hier ist was zum runterfallen ja, komm nochmal vor hier geht's noch weiter ja, aber ich schätze dass der Diamant da unten ist also hier ist ein Kürbis komm doch einfach mal hier hin oh, warte, warte hier geht's runter ja hier doch auch, du Vollhorst hier ist ein Loch, wo man runterfallen kann geil, ich bin also ich hab den schwarzen Knopf gefunden und den Diamanten und ich fall grad durch so ein ewiges Loch hä? fällst du auch durch so ein ewiges Loch, das sich immer neu aufbaut, wenn du grad durchgefallen bist? hä? von wo muss man denn springen? hä? ich fall grad ewig tief hä? check's nicht ich auch nicht komm, du bist beim zweiten Spawn ich, bei mir ist auch alles dunkel willst du beim zweiten Spawn? noch nicht dann komm wir zum zweiten Spawn weil hier ist so ein ewiges tiefes Loch wo ich grad durchfall versuche äh, ich hab keine Night Vision mehr ich auch nicht, so viel Spawn brauchst du nicht ja toll, Wolf, soll ich denn wissen, wo ich lang springen soll? ach, hast du die Breitness nicht ganz voll? doch ja, dann siehst du doch genug, ich seh genug nur grad zu schlecht zum Treffen naaah oh fuck, 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 fuck oh lol bei mir baut sich das so langsam auf, dass ich nichts erkennen kann danke hä, wo muss ich denn da langfliegen? so, da unten ja, ich bin unten und da ist ein See mit einer Kiste ich schiete so ein bisschen oh what? ich hab den blauen Knopf gefunden ich bin im Wasser gelandet, aber kann gar nichts mehr sehen nur deinen Namen ja, ich bist auch hier aber hier ist nur der blaue Knopf also, wie bei der Ausnahme du bist in den zweiten Kürbis runtergefallen ja, wir sind fertig, ich hab den Kürbis schon äh, den Diamanten achso, du hast den Diamanten Wuuu, Pac-Man äh, Game Over äh, Game Over Game Over Game Over Warte, wie macht man, dass seine, äh, Hand verschwindet? keine Ahnung mach, probier mal, ich trau mich nicht alle meine Dinger zu drücken, falls sonst die Aufnahme aufhört ah, ich hab's auf F5 aber dann geht die Hand nicht weg dann kannst du nur halt andere Sichten machen von vorne und von hinten LOLL ich hab außerdem das Vollbild ausgemacht ich geh mal schnell aufs Klo, bis du mal fertig bist oder gehen wir jetzt ins nächste Level wir gehen jetzt ins nächste Level, sobald ich wieder Vollbild habe fertig oh rot ich warte äh wir haben alle Diamanten gefunden, wir sind einfach geil ja, einfach Gute mit zusammen fast Experimental Level Hard was ist hier? Bonus Level erst mal Bonus Level erst mal Bonus Level lol, ich häng wieder fest ja, der Knopf geht schon wieder nicht mehr ja, ich hab's geschafft, ich bin da, ich bin da, ich bin da, da, da hier ist ein Kürbis ah ah, ah ja, okay wo lang bist du? beim Kürbis die liebt die ach da, direkt beim Kürbis, oder? ja lol guck mal, wie das aussieht das ist in nem Raum, der komisch hängt ja, in nem schiefen Zimmer oder so nein, ich bin aus der Seen runtergefallen, ich Noob lieber Kürbis, komm herbeigeflogen, gib uns Kürbissuppe hä? nein, es ist wieder alles dunkel ich steh, muss direkt vorm Spawn stehen oh ne, geh mal straff lustig siehst du mich? siehst du mich? ja kannst du mir mal sagen, dass ich auf den Spawn gehe? leicht links links ja, warte, warte, nein, nein, nein jetzt warte, jetzt stell dich mal grade hin und drück nur die Linkstaste und hüpfen hey, jetzt zurück und hüpfen nochmal ja, und jetzt noch zurücklaufen ein bisschen noch mehr? jetzt hab ich nen Spawn? ja jihihi, dann randalier ich jetzt mal, dass ich sterbe ja, danke ah, es ist dunkel muss man vielleicht hier lang? doch komm, immer wenn ich den Boden berühre ach komm jetzt was ist los? ja, immer wenn ich den Boden berühre, wird's dunkel welchen Boden? ja, immer wenn ich wenn ich halt sterbe und den Boden berühre hatt ich wohl was aus ja, immer wenn ich die Druckplatte berühre ok, dann geh ich jetzt halt game road und dann darf ich jetzt halt nicht sterben ich hab jetzt halt keine Nachtsicht lol ich bin weiter ich weiß gar nicht, wo's weiter geht jetzt du musst runter haha ah, ich bin gut witzig alles ist ja, es ist alles dunkel, super hä, warum darf ich wohin müssen wir denn überhaupt? E.T. y transformer e k looil, ich glaub ichenn glaube ich kann Hi, hüüüüüüüüüüüüüüüü güüüüüüüüüüühchä welchem Gegenstand? Auf so einem pinken. Warte, ich komm gleich. Schaukelpferd? Ne, ähm, warte. Bist du auf sowas pinken? Oh, lol! Du musst dir das gleich antun. Dem, dem, dem. Du musst gleich hochhüpfen. Äh. Und zwar so richtig fett hochhüpfen. Muss ich denn erstmal hin? Hier ist ein Kürbis direkt unter, aber wie komm ich da hin? Lol. Hey, Alex, wie geht's denn von hier weiter? Ich seh den Kürbis direkt unter mir. Wo bist denn du? Game-Mode. Creative. Jetzt such ich dich erst. Oh, jetzt ist wieder dunkel. Ich verfolge gerade mein... Ah, du bist am Teddybär vorbeigesprungen. Ja, es ist dunkel. Du musst auf die Nase vom Teddybären springen. Es ist dunkel, ich seh keinen Teddybären. Du musst trotzdem auf die Nase vom Teddybären springen. Jetzt ist wieder hell. Lol, jetzt bin ich tot. Lol, wie das aussieht. Also da haben die sich echt viel Mühe gegeben. Oh fuck. Mein Hirn dreht sich. Auf die Nase vom Teddybären. Ja. Wo ist denn da ein Teddybär? Hinterm Schaukelpferd. Hinterm Schaukelpferd. Du bist doch auf dem Schaukelpferd. Direkt unter dir ist ein Teddybär. Schaukelpferd? Direkt unter dir ist ein Teddybär. Du bist... Meinst du den Hasen oder den Flüschhasen? Nein, 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 nein. Geh nochmal zu... Ah! Sieht so lustig aus. Dein... Ah, shit. Hast du denn die Diamanten schon? Äh, Bonuslevel. Es gibt keinen Diamanten. Ah, echt nicht. Ah, du bist fertig, oder? Ja. Ja, aber dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt auf und machen mal... Und jetzt das schwere Bonuslevel. Es sei denn, du willst es nicht, dann lassen wir es. Ja, wir schauen es halt schon an. Oh, ich kriege da langsam einen Hunger. Ach, scheiße. Wir haben... Wie... Wie früh wir es haben. Was heißt da früh? Es ist 8 und ich habe noch nicht Abend gegessen. Ich dachte irgendwie, wir hätten schon 10 oder so. Bist du krank? Ich sterbe hier. Ich habe eine Idee. Wir machen das schwere Bonuslevel jetzt nicht. Wenn euch das hier gefallen hat und ihr noch sehen wollt, wie wir dieses bekackte Level hier machen, dann schreibt in die Kommentare bei... Was? Lol. Also wenn ihr sehen wollt, wie wir das Level da eben gemacht haben. Mehr bekommt ihr jetzt leider nicht zu sehen. Dann Daumen hoch. Ich weiß, das ist asozial und eigentlich sollte ich nicht einen Daumen nach oben betteln oder einen Daumen nach unten oder Kommentare, aber... Ich würde einfach gerne mal was. Also, falls es euch gefallen hat und ihr es sehen wollt, dann... Aaaaaaaaaaah! Und dann gucke ich, ob ich es mache oder nicht. Na? Na? Ich habe das Zimmer ganz richtig rumgestellt. Und damit verabschieden wir uns von dieser Adventure Map für das Erste. Oder für das Zweite oder für das Dritte. Keine Ahnung, wie viele Folgen ich gemacht habe. Wird aber tendenziell gegen 3 oder 4 Folgen gehen. Vielleicht sogar 6. Naja, werdet ihr ja schon sehen. Also dann ciao. Servus. Das war sicher... Servus! Vielen Dank.